Das ist das richtige Wetter, um das große schwarze Böse aufzusuchen. Egon, komm doch nicht näher. Ich weiß, wann du kommst. Die Wörter, die mich beschützen, sie sehen, wann du kommst. Aha, ich mach erst mal die Wölfchen platt, ja. Hallo, ja, Wolfi. Guck mal, hier, Stufe 5, ich glaub, es hackt ja. Noch einer, da kommt noch einer. Ja, komm, ein kleiner Hundi, ein hübscher Hundi. Neuer Mark, auf. Haben wir's geschafft, ja. Okay, ich hab einen neuen Eintrag gekriegt. Alte Eiche. Was sollen wir hier machen? Finde heraus, was die Dorfbewohner tötet. Okay, ich sammle ganz kurz hier die Sachen von den Hunden ein. Da ist auch noch was. Nehmen wir mal ganz stark an, das ist ein Fall für das Silberschwert. Okay, ist das ein Wegweiser? Ja, das ist ein Wegweiser. Sieht ja schon mal gruselig aus. Oh, oh. Ich hab da ein ganz blödes Gefühl. Lass mich raten, ist ne Höhle. Ah, Mann. Blöd, wo kommst denn du her? Ja, erschreckt mich doch nicht so. Ich bin total angespannt wegen dem Viech hier. Okay, aber was suchen wir hier? Hört ihr das? Das ist, das ist, das nennt ich mal richtig gruselig. Das nennt ich mal richtig gruselig. Hier geht's doch irgendwo rein. Irgendwo geht's doch hier in diesen Baum rein. Da hinten sind wieder Wölfe. Ich hätte gesagt, hier. Aber offenbar ist dem nicht so. Oder? Wahrscheinlich hab ich schon dreimal davor gestanden und ihr schreit gerade schon das schreit gerade schon den Monitor an. Und das während der Hexer sind, das macht mich ja kürre. Hier ist nichts. Hier sind keine Spuren. Hier ist nur der Wegweiser. Ich laufe auch die ganze Zeit. Hoppala. Geralt, pass doch auf. Ich meine... Da liegt irgendwas. Ich stehe direkt davor oder sowas. Ich stehe direkt davor. Ich stehe direkt davor. Wow. Was ist das da unten? Nee, das kann's nicht sein. Da sind wir zu weit weg, oder? Oder ist es unter uns? Das kann natürlich auch sein. Also, dass wir da runter müssen und dann da irgendwie rein. Probier das mal. Vielleicht muss ich auch den Geräuschen nach... Ah! Da ist nämlich eine Höhle. Irgendwas ist... Aha, aha, aha. Wie, wie Kid? Ein Kind, ja. Äh, Ort der Macht nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist auf jeden Fall die Höhle, wo wir hin müssen. Und, wer beschützt ihn, den Ort der Macht? Wo ist er denn? Müsst hier um die Ecke sein. Wo geht's denn da hin? Oh. Ich glaube, wir müssen hier ganz runter. Wartet mal. Oder ich laufe gerade falsch. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube, das ist richtig. Oder? Ruhe. Erstmal beten hier. Die Knie ist immer gut. Danke. Und da können wir gleich mal einen Punkt versetzen. Jawohl. Und natürlich gehen wir da rein. So, jetzt haben wir das voll hochgepimpt. Finde ich mal richtig gut. 150 Zusatzschaden. Äh, so. Wo ist jetzt die Höhle? Alles klar. Ich glaube, wir haben es gefunden. Oder, oder ich schlucke eine... Gott, das ist ja... Mal richtig gruselig. Hilfe. Ganz ehrlich, ich habe gerade... Ich habe gerade ein bisschen Bammel hier. So, tauch mal ab, komm. Geralt, hör auf, hier den Toiletten-Tieftaucher zu machen. So, hier um die Ecke. Da ist eine Kiste. Halt. Okay, weiter nach oben. Wir nähern uns der Geschichte. Was hat sich hier unten eingenistet? Ganz ehrlich, ich glaube, ich schlucke mal eine... Eine Katze. Ich schlucke mal eine Katze. Da können wir uns nämlich das sparen. Gehen auf den verbesserten Drachentraum und auf das Igni. Was ist das denn? Wer bist du? Ja. Aber was ist das? Okay, warum hat man dich getötet? Warum haben sie dich getötet? Die Kronen wollen dieses Land. Sie regierten die Wunderschein. Ich stand in ihrem Weg. Ich musste sterben. Hm. Wieso, du wurdest doch gar nicht angegriffen, Geralt. Oder meinst du die Wölfe? Das ist ein komisches Wesen. Ich wurde getötet. Ich wurde getötet. Getötet und wieder auferstanden ist. Oder was hier gefangen gehalten wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Es gibt ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Ich bin ein Wunderschein. Ja, aber dann erfahre ich nicht, wo Siri abgeblieben ist. Die Mumen haben gesagt, sie geben mir Informationen über Ciri. Die Mumen sind veröffentlicht. Sie finden sie nicht. Sie hören alles. Sie können sie nicht heilen. Ich sah Frauen, sogar Kinder, die tot auf dieser Helle liegen. Sie wollen dich zu zerstören. Ja, das Problem ist, die Mumen haben... Sie mögen es wie nichtig sein, aber sie haben zumindest gesagt, dass sie was über Ciri. Und dieses komische Ding hier, das weiß garantiert nichts. Warum denkst du, die Kinder aus dem Meadow sind in Gefahr? Die Kinder haben sie in Gefahr. Sie werden nicht zurückgekommen. Woher sie sie nehmen, kann ich helfen. Es ist bereits fertig. Es kann nicht untergehen. Es gibt keine Räume für die Kunstwerke. Sie werden alle sterben. Lass sie sich schützen. Okay, also der Witz ist ja... Ich glaube dem Viech schon. Ich glaube ihm schon, aber... Ah, das ist schwierig. Das ist echt, echt schwierig. Das Viech ist mir... Klingt komisch, sympathischer als die Mumen, aber die Mumen haben Informationen über Ciri. Und wenn die Mumen gefährlich sind, werde ich mich drum kümmern. Also, für Ciri... Ich glaube dir nicht. Ich glaube, ich glaube dir nicht, Herr Spirit. Zu viele sagen, dass du weh bist. Deine Worte allein sind nicht genug. Der Hör. Und dann werden dich herstellen. All die Macht werden wir uns. Na, das wussten wir ja schon. Das wussten wir ja schon. Das, was jetzt in die Hose geht, das war uns klar. Herrinnen des Waldes. Okay. Was jetzt? Einfach drauf da? Ist ja einfach. Guck mal hier. Lass mich raten, jetzt kommt noch mehr Krop-Zeug. Jawoll. Au, zum Glück habe ich... Komm. Lass mich da rein. Ah. Stufe 6 müsste ich eigentlich klarkommen. So, auf Wiedersehen. War ja einfach. Naja, Stufe 6 halt. So, Flüsterhügel. Damit wäre der Hügel... Der Hügel sicher... Bin mir natürlich... Noch ein kleines, äh, Muttergehen. Bin mir natürlich nicht sicher, ob das Viech nicht die Wahrheit gesprochen hat. Also, ich gehe eher davon aus. Ähm... Aber wir gehen natürlich über Leichen. Wir wollen Informationen über Siri haben. Und wenn ich sie aus den Mumen rausprügeln muss. Was haben wir hier? Diamantstab. Aha. Oh, oh, oh. Was haben wir da noch? Ne, das sind nur Pilze. Was haben wir hier? Oh, hier geht's raus. Warum nicht gleich so? Ich glaube, hier war vorher nicht offen, oder? Ja, hier sind wir reingekommen, oder? Hier sind wir reingekommen. Ich guck noch mal kurz nach, was wir hier noch so alles finden. Da geht's auch raus. Ne, ich glaube, hier geht's einfach nur überall raus. Wer sind die denn? Das sind die Dorfbewohner, oder? Ja. Na, mal gucken. Na, mal gucken. Was das jetzt gibt. Der Baum war von einem Geist besessen. Der Baum war von einem Geist besessen. Ich habe etwas zerstört. Ich weiß nicht was. Ja, das entspräche der Wahrheit. Das willst du nicht wissen. Hm. Sagen wir immer die Wahrheit. Geist war es ja nicht. Komm, hier. Ich bin nicht sicher, was da drin war. Aber es ist nicht mehr. Was hast du getan, Witcher? Ich hab den bösen Geist vernichtet. Ich mein, das wolltest du doch, oder? Nein. Ja, ich hab den bösen Geist. Gib mir den Bösen. Ich bin bald wieder zurück. Ähm. Hat er sich gerade das Ohr abgeschnitten? Ist es Van Gogh? Okay, er hat uns das Ohr als Bezahlung gegeben, das ist doch mal lecker. Neuen Gegenstand erhalten Jägerstiefel, Jägerhandschuhe. Ihr seid ja hübsch. In real life you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. Mastaschia, Mastaschia, Mastaschia. Mastaschia, Mastaschia. Me too. We shall forgive you this transgression for you done well. Your children look plump as piglets and sweet as caramel. Aber jetzt müssen wir mit unserem blühen Freund sprechen. Die Frau, die für die Kinder ist. Sie ist ein Geld zu bezahlen. Sie ist hier bei der Wahl. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt entailed, als sie es gemacht hat. Wir haben ihr geholfen. Sie hat uns geholfen. Jetzt bietet sie unsere Mark. Sie gehört zu uns. Komm, es ist eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, White-Haid-Werr. Und das Wesen unter der Erde hat er wahrscheinlich recht. Aber sie geben uns Informationen über Ciri. Was ist das für eine blöde Frage, Geralt? Aber komm, erstellen sie mal. Du siehst anders in der Tapestrie. Wir sind alle geholfen, nur für dich. Wenn du nur weißt, wie viel Zeit wir vor dem Glas... Wollen wir uns? Nein. 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 Ist das Polymorphie? Ich weiß ja selber nicht, was ist denn Polymorphie? Also im Zusammenhang mit Hexen. Ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr wisst, was ich will. Ihr könnt uns über uns träumen. Und zurück, was ihr verliebt. Sie kommen immer zurück. Eher nicht. Nein, eher nicht. Bohren wir mal ein bisschen nach. Das sieht so eklig aus, wie diese Seile da in das Fleisch einschneiden. Ja, das würde mich beides interessieren. Whose Spirit was trapped in the tree? The heart of one who once cheated death. But she couldn't deceive you, brave knight. You've rid the world of a great evil. Ja, aber nur um Informationen über Ciri zu bekommen. Our deal. I did my part. Now you do yours. A word once given we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail. Terrified. Exhausted. She could barely stun the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Oye. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Miss Jeeves. Stubborn. And selfish. Das klingt nicht gut. Obwohl bockig könnte sein. Verschlagen auch. Selbstsüchtig. Don't believe you. They say you always keep your word. So tell me everything. Exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. We would glimpse her likeness. A mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the Elderblood. The soul's soul have been burst into fear. Ha ha ha. And her arm geklemmt. She fell into our hands. Elderblood. See the blood of the Tetris. I thought it was just a while. We had to bring them over. Does she sleep? Like a lamb. Come sisters. No point in dawdling. The table is set. The cauldron bubbles. We cannot. You know she is meant for him. A mirage will get her. He will. But not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely. Plump. Perfect for a broth. Oh. I can taste it already. Very well. Get on with it. 放hydrate Not with csiri. You will regret that girl. You regret it dearly. Und die wilde Jagd spielt auch ihre Rolle dabei. Wow, 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 wow. Cirilla, wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Angriff auf da und kannst keine Zeichen wirken. Super, danke. Sehr schön. Okay. Wow, was hat sie denn drauf? Ja, im Himmel. Wohin? Was soll ich machen? Flieh aus dem Buckelzurm. Ja, ich versuch's. Hohoho. Au. Verdammt. Okay, Freunde, du bist tot. Letzten Spielstand. Laden.